Sie sind ein Hobby-Autotüftler und wollen mal selber was am Wagen machen? Dazu aber fehlt Ihnen in Ihrer Heimwerkstatt die passende Ausstattung? Dann kommen Sie zur Autozentrale Bergheim in Trostorf. Wir bieten Hebebühnen, Mietwerkzeug, einen Motor- und Getriebekran, Ölservice, Reifenservice, Schweißgeräte, Bremsentlüftung, Gebrauchtwagen und vieles mehr. Wir geben Ihnen die seltene Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, ohne Unsummen für Arbeitsmaterial ausgeben zu müssen. Selbstverständlich können Sie auch Ihr eigenes Werkzeug mitbringen. Neugierig geworden? Dann besuchen Sie unsere Mietwerkstatt. Sie finden uns in der Glockenstraße 90 in Trostorf. www.trosdorf-mietwerkstatt.de Theater, Konzerte, Kleinkunst. Am Freitag, den 23.05.2014 stellte Bürgermeister Franz Huhn gemeinsam mit Frank Barke, Direktor der Rhein-Sieg Halle in Siegburg, die Spielzeit der Saison 2014-2015 vor. Mit dem kommenden Programm will man an die Hochkulturprogrammpunkte wie das Konzert der Zwift-Cellisten der Berliner Philharmoniker anknüpfen. Im Konzertprogramm werden die Jahreszeiten das Hauptthema sein. Das Theaterprogramm bietet sechs abwechslungsreiche und spannende Stücke. Und auch das Kleinkunstprogramm, zusammengestellt von Andrea Hermes, ist nicht zu verachten. Neu sind die beiden Abomöglichkeiten, sechs aus zehn und drei plus drei. So wie das Familienticket, mit dem jeder, der mit bis zu zwei Kindern in die Veranstaltung kommt, für die Kinder keinen Eintritt zahlt. Also wir haben neue Abostrukturen entwickelt, die sich von den alten dadurch unterscheiden, dass das jetzt ein Wahlabo ist. Und zwar haben wir zwei verschiedene Wahlabos entwickelt. Das eine ist eine Auswahl aus zehn Veranstaltungen, wo man sich sechs Veranstaltungen aussuchen kann. Das ist eine Mischung aus, also das Gesamtangebot ist eine Mischung aus Konzerten, Theater, Musical. Und aus zehn Veranstaltungen sechs auszuwählen. Für die übrigen allerdings, die vier Veranstaltungen, die man sich nicht ausgewählt hat, kriegt man trotzdem als Abonnent jeweils noch 30 Prozent Rabatt, wenn man diese Veranstaltung außerdem bucht. Also das ist schon ein sehr üppiges Angebot, das wir da machen. Ein zweites Angebot haben wir entwickelt, das ist ein Konzertabonnement. Da können die Konzerte, die wir in der Rhein-Sieg-Halle veranstalten, kombiniert werden mit den Kammermusikkonzerten, die wir im Stadtmuseum veranstalten. Sodass man sich also räumlich betrachtet ein Crossover-Programm zusammenstellen kann, das ganz auf Konzerte zugeschnitten ist. Am 26. Mai startete der Abo-Vorverkauf. Am 16. Juni wird dann auch der freie Verkauf im Stadtmuseum in der Tourist Information Siegburg sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen starten.